Hi, ich bin Lili Bramlage, die Vorsitzende des Goldenstädter Jugendparlamentes und wir organisieren am 25.01. ab 20.30 Uhr eine kleine Veranstaltung im Pendel in Goldenstädt und da sind natürlich alle Goldenstädter Jugendlichen gerne eingeladen und natürlich auch alle Jugendlichen von außerhalb. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle vorbeischaut und unter lockerer Atmosphäre ein bisschen mit uns plaudert, vielleicht das ein oder andere Bier mit uns trinkt und uns einfach in lockerer Atmosphäre kennenlernt. Ja, generell macht das Jugendparlament Goldenstädt auch ein paar ärztere Themen, wie zum Beispiel unterstützen wir den Umweltschutz oder engagieren uns für die Integration. Wir organisieren halt auch solche kleinen Veranstaltungen wie im Pendel zum Beispiel, deswegen komm gerne vorbei.